ach man mir kommt das immer so ein bisschen spanisch vor wie die hier rennen ist zwar wirklich gut dass die die kürzeste strecke nehmen aber dann sollten sie vielleicht ihr navi noch mal ein bisschen um polen ach man die sollten vielleicht die sicherste mal bevor zu ist zwar richtig hier also übers dach springen und so und dann da wieder hochklettern das natürlich luftlinie mäßig kürzer aber okay die wollen bis keine treppen steigen okay little john halt moment was ist da so jetzt müssen ja nicht alle kommen nur 1 2 also das lief jetzt eigentlich auch richtig räudig so jetzt muss man ganz ruhig bleiben ganz ruhig meldhars ganz ruhig ja das ist so in dem fall ist es echt eine glückssache eine glückssache weil ich weiß ich glaube das wäre ja auch mehr oder weniger bug using hier wenn man wenn man die leute wie sie hier gerade so kommen einfach mal so in der wett gibt was die erste hälfte hätten wir okay die erste hälfte hätten wir ja ja sehr schön und wenn ihr euch wundert was mit dem typen ist der hatte der schuss gehört der ist eigentlich schon tot der wurde auf den schultern von little john von diesem typen erstochen erdeucht und das ist halt jetzt einfach nur ein bug dass der da nicht rumliegt sondern jetzt so rumsteht der zählt jedoch als tot mir wäre es sehr lieb gewesen wenn der kernel schon mitgekommen wäre nämlich da hätten wir jetzt da münzen runterwerfen können dann wären sie natürlich wieder käuflich gewesen also diese lanziere die sind die sind natürlich nervend scheiße weil das die einzigen meiner meinung nach die wirklich eier haben und den stock abwehren können die wird beschwert kann man sagen ja die können nichts die können straßen fahren das können sie aber was anderes nicht die 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 Komm schon Kleiner, komm schon Kleiner, Duda, keine Bewegung, Duda, keine Bewegung, Anfänger, Anfänger, lad erst mal deine Armenbrust. Scheiße, jetzt haben sie die da wieder aufgemacht, Mann, die sollen doch hier die Akte X geschlossen halten. Ey, ihr Freunde, ja mal. Oh, volle Lotte, kommt. Sehr wohl, Herr Kommandant. Man muss irgendwie den Lebenspunkt erhöhen können von den Leuten. Ja, ja, so dass sowas nicht passiert. Okay. Ach, Scheiße. Ach, Mann, oh, Mann. Mann-O-Meter. Mann-O-Meter. Ja. Arriba. Und jetzt, ja, volle Möhre und da nochmal und, ja, hier gibt's noch einen mit dem Stock und da kriegst du noch einen, Darth Maul in der Hut. Okay, okay, okay. Äh, ne, ganz oben ist auch keiner. Okay, jetzt, jetzt muss Lil' John mal ein bisschen aufräumen hier. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Schlaf gut. Nicht schlecht. Ich bin der Beste. ich bin der beste ein würdiger gegner ja also in ab bitte ja ich muss mal sagen mir die ganze arbeit gemacht oder besser gesagt little john und seine sein trizeps und trizeps haben wir die ganze arbeit gemacht und er nein ein moment hier ist doch in der gerade rein gerannt ja da ist er ohne mich komm her aber bitte so little john du bist zwar tot aber immer noch unser hier der beste der gesetzlosen ok wir haben noch ein kleeblatt das wir nicht aufnehmen können haben wir vielleicht irgendwo noch ein paar kräuter ein paar marioana pflänzchen die wir noch aufheben können ich glaube nicht jetzt müssen wir mit unserem robin uns der zum kampfwagen oder in den kampfwagen die wahrscheinlich schon viele ersehnen den kriegshäuptling nach von diesem komischen prinz john kaputthauen und ich weiß nicht was das hier für einer ist den legen wir jetzt erstmal hier so hin und fragen die leute vielleicht vielleicht kommt unten das gescriptete zähne ich weiß es nicht mehr kommt nichts oder tak kann ich interagieren kann auch nicht interagieren kann nichts und ob man kann auch nicht kann auch nicht mal den bestehlen ja oder was passiert wenn robin dahin geht oh ja wir hätten da drei pfeile hier hier da hätten wir gold aber wahrscheinlich auch nur das typische gold für den für den oberleutnant also sagen wir mal 20 gold dublonen fündchen also keine große sache und robin macht die bereit robin der vogelfreie du kommst geradewegs in die höhle des löwens spaziert willst du dich mir ausliefern mein folterknecht wird sich freuen dich zu sehen nicht ganz sire es ist eher meine klinge die sich freut euch zu sehen wenn ich sie euch vorstellen dürfte habe keine angst kleiner es wird genug von dir übrig bleiben dass meine leute sich daran erfreuen können okay jetzt müssen wir hier meinen argen kampf machen ihr wisst ihr wie sehr ich es liebe immer menschen zu töten bau 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 und sie haben die mission erfüllt möchten sie nun gehen ja nein vielleicht oder doch vielleicht nicht so wir wollen gehen denn die mission ist gewonnen sieg skedlocks tod ist ein schwerer schlag für die streitmächte des thronen räubers der tro der tod ihres anführers hat sie in hat sie ins chaos gestürzt so dass sie den trupp meranus und godwins nur mageren widerstand leisten konnten prinz john wird den verbündeten robins jedoch sicher keine zeit lassen die verteidigung der burg zu verstärken so wir haben 18 leute verschont ja ein neuer kameran der war davon so angetan dass wir so viele leute getötet haben und ja da haben wir sogar was bekommen wir haben 1690 gold erbeutet da gab es 1500 und 430 in taschen also in summe 1930 aber natürlich haben wir nicht alles mitgenommen macht der mail das ja nie der möchte ja auch ein bisschen dass die anderen dass die bauern und so dass die natürlich auch was sich klauen können ok jetzt haben wir hier harry tanner ja harry tanner da wollen wir mal jetzt harry tanner fragen was ist hier jetzt los jetzt müssen wir gucken oder was jetzt hier alles so seine richtigen kreide hat mit dem harry tanner edward kree kreis yes of course russi ist der british guy so ok hier little john ich glaube der braucht mal wieder im hello kitty pflaster auf der stirn hier der kriegt was da haben wir hier so dann wollen wir hier dem natürlich auch wieder volles kipp geben aber der hier der harry tanner der hat natürlich hier für alle was also ich glaube heilstoffe kann man nie genug haben jetzt ist die frage wo ist der dicke alter dicker hey dicker wo bist du alter hey bruder dark alter mann hey bruder dark dicker also ich bin jetzt echt verwundert oh da ist er ich hab ihn gefunden ich hab ihn hallo nein nein ja genau das wollte ich genau das wollte ich machen ja scheiße aber auch scheiße noch eins muss man sagen ach gottes willen also in dem fall ich mag dieses spiel sehr aber ich mag es nicht die ganze zeit und diese diese leute von a nach b zu delegieren und dann festzustellen dass die hier gerade mal als man die mission anfängt dass die hier raus gehen und dann zum beispiel nicht kämpfen oder sonst irgendwas also da finde ich das spiel echt noch ein bisschen sehr problematisch ich finde das auch cool hier mit diesen ressourcen dass man sagen kann hier geht jagen holt uns lamm keulen oder hier macht uns da ein paar blütenblätter oder sonst irgendwas finde ich schon cool das haben sie echt geil gemacht aber hat natürlich auch noch so eine defizite wie hier halt dass man das alles so definieren muss anstatt man hier irgendwo so ein schnellmenü hat wo man sagen kann ja vier sollen das machen acht sollen das machen neun sollen das machen 24 sollen das machen das wäre natürlich noch geiler gekommen aber nun gut müssen wir uns damit arrangieren und mal auf die minimap gucken was wir denn jetzt als aufgabe so hätten jetzt hätten wir einmal den nottinghamner export das wetschießen oder eine kutsche mit einer eskorte die männer die diese kutsche eskortieren scheinen sehr wachsam zu sein sie erwarten wohl einen hinterhalt und robin hat die hat ganz gewisse keine absicht sie in diesen in dieser hinsicht zu enttäuschen so dann nehmen wir hier mal unser fünf männiges team ja fünf männiges team das ist ja auch eine sehr schöne formulierung auch eine sehr sinnlose formulierung aber es ist eine formulierung und dann wollen wir doch auch gleich noch mal hier dass die map starten und sind auch gleich mal gespannt was abgeht